In diesem Video lernen Sie das ARIS-Konzept kennen. ARIS stützt sich hauptsächlich auf seine eigene Fünf-Sichten-Architektur, das sogenannte ARIS-Haus. Diese fünf Sichten sind die Organisations-, Daten-, Steuerungs-, Funktion- und Leitungssicht. Die Einteilung erfolgt, um die Komplexität von Prozessen in fünf unterschiedliche Sichtweisen aufzubrechen und so die Prozessdefinition einfacher zu gestalten. Wir schauen uns diese Sichten detaillierter an. Bei der Organisationsschicht ist der Fokus auf die Ressourcen Mensch und Maschine, also auch das Organigramm. Bei der Datensicht werden die Ereignisse, die Daten betreffen, angeschaut, beispielsweise das ERM. Die Steuerungsschicht ist der Fokus auf einen zeitlichen logischen Ablaufplan, beispielsweise ein Prozessablauf. Bei der Funktionsschicht wird der Fokus auf die Funktionen bzw. Tätigkeiten gelegt, beispielsweise eine Funktionsübersicht in vorne eines Funktionsbaumes. Bei der Leitungssicht werden alle Dienst-, Sach- und finanziellen Leistungen betrachtet. Zum ARIS-Haus. Pro Sicht wird zuerst ein Fachkonzept erstellt. Das heißt die Darstellung der Prozesse mittels Beschreibungsmethode pro Sicht, dann zum Beispiel bei der Datensicht das ERM, bei der Organisationsschicht ein Organigramm. Anschließend wird das Datenverarbeitungskonzept pro Sicht angeschaut, Fokus des Prozesses auf die Daten. Dies jeweils pro Sicht, nicht nur bei der Datensicht. Dann wird die Implementierung vorgenommen. Das ist die technische Umsetzung bzw. Realisierung der Prozesse. Dies wird pro Sicht gemacht und schlussendlich entsteht das ARIS-Haus. Die Idee ist es nun, wenn ich einen Prozess optimieren möchte oder neu gestalten möchte, dass ich alle Sichten betrachte und pro Sicht ein Fachkonzept erstelle, das Datenverarbeitungskonzept erstelle, die Implementierung pro Sicht erstelle und schlussendlich diese Sichten wieder zusammenfüge. Hier noch die Zusammenfassung. Aventά Tale Aventika Aventika Es wird drauf und schlussendlich damals in攻 Над練 ges Cars echiert euch, Für ein Menschen призmerkanov ist das sie unbedingt im Migrant kaputt natürlich nicht gemacht. Einige